Jetzt erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook im Handumdrehen um ein DVD-Laufwerk und um ein ganz besonders schickes noch dazu. Das tiefschwarz glänzende Gehäuse dieses Laufwerks aus dem Hause Teak macht immer eine gute Figur. Dank handlicher Maße von nur 13 x 14 cm passt es in jede Tasche. Nicht mal ein extra Netzteil müssen Sie mitschleppen. Das Mini-Laufwerk wird einfach per USB mit Strom versorgt. Sobald Sie das Laufwerk am PC anstecken, wird es von diesem erkannt und Sie können es wie ein fest installiertes Modell nutzen. Das Laufwerk reagiert flink und ohne Verzögerungen auf Ihre Eingaben. So können Sie komfortabel und flott damit arbeiten. Die LED gibt jederzeit Auskunft über den Betriebsstatus. Werden zum Beispiel Daten gelesen, blinkt die LED. Klein, stark und schwarz. Das schlanke DVD- und CD-ROM-Laufwerk ist genau der richtige Begleiter für Ihr Notebook oder Ihren PC. Runden Sie Ihre Computerausstattung ab und bestellen Sie gleich jetzt.